Die letzte Zeit ist in der Arme gegangen. Ich möchte Ihnen doch nicht Ihren Teil wegnehmen, liebe Signore. Sie versagen mir die Freude, Ihnen eine Freundlichkeit zu erweisen. Wenn das so ist, Signore, in diesem Fall, dann wende ich. Ja? Ja. Sie gestatten doch, dass ich Ihnen nicht den Kopf operiere. Nein, das würde ich nicht zu lassen. Denn der Kopf der edelste Teil des Menschen ist. So ist er der uneingenehmste bei der Lachsforelle.